und moin moin freunde von soulsborn und co hier ist wieder spielverliebt auf spielverliebt tv mit new 2 mir fiel doch noch was ein was ich euch zeigen kann das möchte ich euch nicht vorenthalten nehmt das vierte gebiet morgendämmung jede möglichkeit wie ihr blitzschnell ein paar millionen am rita kommt dann geht ihr vom auskommenspunkt nach links klickt die mission der kultivierte unterweltlein je nachdem was ihr für klamotten an habt die die band am rita bilanz erhöhen und accessoires habt und so weiter ihr könnt das noch deutlich steigern die am rita bilanz könnte hier in circa drei minuten wo je nachdem wäre ein bisschen länger ordentlich ein paar mille am rita machen bringt den zake der auch noch die am rita bilanz erhöht die verteidigungsstärkung rauf ein bisschen schneller durch waschen ein bisschen mehr riskieren auf 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tschüss, tschüss.